Hier ist das DRK Filmstudio. Ich bin Justin, Werksteiger in Not. Fast 1013 Menschen benötigen jedes Jahr in die Hilfe der DRK, um bei Notfällen in den Hoch- und Mittelgebirgen Deutschlands schnell vor Ort zu entbehren. Sich Tag für Tag 1012 erinnern, namentlichen Bergherrterinnen und Bergherrwetter. Ich bin Emily Wettstein. Wenn die Luft weg bleibt. Immer mehr Menschen leiden heutzutage an Asthma. Im akuten Notfall gibt es folgende Maßnahmen der ersten Hilfe. Die Personen beruhigen, sich auffordern, sich aufzurichten, den Ast oder gleich den Notruf 112 verständigen. Hier ist das DRK Filmstudio mit den Kreuznachrichten. Ich bin Jonas Koch. Blut rettet Leben. Etwa 112 Millionen Blutspenden werden pro Jahr benötigt. Mit nur einer Spende kann bis zu drei Schwerkrankheiten oder Verletzten geholfen werden. Das große Kreuz wird jedes Jahr über 40.000 Blutspendetermine in Dosser durch. Ich bin Enrika Lott, Babysitter gesucht. Der DRK Kreisverband in Karlsruhe bietet einen Babysitterkurs an und hat einen Babysittervermittlungsdienst eingerichtet. Eltern und Alleinerziehende sollen damit bei der Suche nach geschulten und zuverlässigen Babysittern unterstützt werden. Hier ist das DRK Filmstudio mit den Rundkreuznachrichten. Ich bin Emily Lott. Filmstar gesucht. Das DRK Filmstudio braucht Verstärkung. Hast du Erfahrungen in Fotografie, Film oder Moderation oder möchtest du genau das lernen? Dann bist du richtig beim ehrenamtlichen DRK Filmteam. Informationen kannst du anfordern unter filmteam.drk-karlsruhe.de Das DrK Filmstudio braucht Verstärkung.